Was hat das für eine Bedeutung? Das ist eine schöne Frage, wenn man den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, im Traum sieht. Passt auf. Das muss nicht immer bedeuten, dass du ein guter Mensch bist. Das muss nicht immer bedeuten, dass du ein guter Mensch bist. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, könnte auch kommen als Wahner. Wenn du sehr viel Übles in deinem Leben machst. Aber er könnte auch als Frohe Boter kommen. Als Frohe Botschaft kommen. Kein Problem. Aber es ist nicht immer Frohe Botschaft. Allah ta'ala, möge Allah es uns ermöglichen. Wir haben von unserem Sheikh gehört, möge Allah ihn bewahren. Er hat geschworen auf Allah, dass er 49 Mal den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, im Traum gesehen hat. Das wusste nicht mal seine eigene Frau. Möge Allah uns das ermöglichen. Möge Allah uns das ermöglichen. Möge Allah uns das erinnützige. Möge Allah uns das erinnützige. Vielen Dank.